So, und schon geht's weiter bei Minecraft. Ja, und da ist gerade ein Wolf, die drauf irgendwie runtergegangen bei dir. Ah, Tatsache. Und da kommt eine Kuh. Und, äh, ich muss dazu sagen, das ist jetzt die, ja, sozusagen zweite Aufnahme, weil als wir das letzte Mal aufgenommen haben, hab ich vergessen, den Spielton aufzunehmen. Kann passieren. Hm? Kann passieren. Ah ja, kann passieren. Deswegen gab's jetzt auch eine gute Woche kein Minecraft mehr. Aber jetzt sind wir wieder zurück und jetzt kann ich nämlich hier die Küche fertigstellen, hier. Genau. Bei mir, ich muss dabei sagen, ich hab, äh, mein Haus schon fertig gemacht und... Ja, das wird das Schwachsinn, das jetzt extra dann nochmal abzureißen. Ja, vor allem, äh, hättest du mich extra nochmal während der Woche nochmal einladen müssen, damit ich das Ganze abreiße. Da wollte ich jetzt auch nicht drüber denken. Ja, weil eigentlich hab ich ja die Küche in der letzten Aufnahme, also in der Fail-Aufnahme, der ja schon fertig baut, und hab halt den Teil dann nochmal abgerissen, dass ich den neu baue. Ja. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Tisch und zwei Stühle. Also eins, zwei und hier war... Und hier war... Ich glaub, das ist die Mehrzahl von Ruf, ne? So. So. Warte, ich muss kurz einmal hier hinstellen, weil... Genau. Gut. Weg. Weg. Äh, genau. Dann. So. So. Ne, sind wir nicht alle fertig. Muss man nicht abbauen. Ne, warte mal, es war doch anders. Das war, glaub ich, genau so. Wundern mich grad. Mach ich denn da? Ja, so. Ich hab noch mal ein bisschen gegeben hier. Ich schaff. Ja, und sobald ich hier, ups, fertig bin, bauen, dann... geht ja die Reise auch weiter. Weil wir werden in ein Sumpfgebiet gehen. Ich hör... Ich hör die Begeisterung von dir. Hä? Sumpf? Ne. Mognet. Bleib hier. So. Jo. Jetzt ist es wieder fertig. Vielleicht sollten wir hier auch eine Schere hin tun und so. Ne, ne. Dann können wir hier irgendwie Wolle oder so auch noch lagern. Und wir könnten... Äh, jetzt pass auf. Von deinem Lagerschuppen können wir ja... zur Farm, weißt du, einen Pfad machen aus Kies. Können wir dann machen, wenn wir... Kurs weg. Äh, wenn wir wieder zurück sind. Ja. Aber es war erstmal eine Karte oder wird schon wieder dunkel. Wo ist die? Wo ist die? Wo ist die Sonne? Oh, okay. Nun. Wahrscheinlich geplatzt. Keine Bombe hatte. Das wäre nicht gut. Äh. Was soll denn denn sein? Das wäre cool, wenn der Tier wäre. Naja, das gibt es nicht mal in der PC-Version. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja auch Mods dafür. Für den PC. Ja, solange es jetzt noch hell ist, fange ich vielleicht mal mit dem Weg hier an. Äh, wie mache ich den? Ja, okay. Der Baum muss weg. Ja, ja, der da. Hm, der muss jetzt vor kurzem gewachsen sein, ja. Mir wurscht, der gehört weg. Und da haben wir so... Ja, zu viel Erde eigentlich. Ich weiß gar nicht, was ich mit der ganzen Erde anstellen soll. Weiß ich auch. Hat das bei mir auch so'n Saar. Ich hab auch schon überlegt, was man mit der Erde machen könne. Wahrscheinlich nix gescheites. Mach mal dann. Ich benutze meistens Erde, um mich auf einen höheren Standpunkt zu erbringen. Sei es, wofür ich die Erde benutze. Ich eigentlich auch, also... Da muss man nicht unbedingt was anderes dann vergeuden. Wobei, warte mal. Na, 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 das gefällt mir so nett. Für was hab ich so viel Erde? Tu ich mal schnell künstlich erweitern, dann schaut's nämlich besser aus. Haben wir denn hier zweimal graue Wolle und einmal weiße. Passt doch. Ja. Das sieht besser aus. Aber das wird jetzt... Okay, bis hier hin. Und hier ist eh breit genug. Ja, dann müssen wir bis hier. Also, so, so, so. Ja, come on. Eigentlich hätt's ja gleich, wenn wir hier das Zweibreit gemacht hätten, eigentlich. Eigentlich ja schon, ja. Mein genug Kies hab ich jetzt eh nicht und es wird... Wird... Ja, okay, es ist noch hell genug. Hast du in einem von den Thronen irgendwo Kies oder so? Hier, ne. Hier ist nur Essen drin. Und Wolle. Wolle. Ja. Ja, das ist ja doll. Ja. Ach, vielleicht mach ich das ab hier auch drei breit. Mir jetzt wurscht, weil dann schaut das sonst so blöd aus. Ihr habt mir euer Fels schon gegeben. Oder Wolle. Mal gucken, haben wir hier noch irgendwo eine Schafe. Gut, das schaut gut aus. Gut, brauche ich nicht. Hoffe ich. Hier werden wir erweitern. Dass es nicht ganz so kacke aussieht. Danke. Ja, das sieht dann, glaube ich, ganz nice aus. Ja, das kann ich mal aufwarsch dann. Und so. Das ist nah am Wasser. Ja. Okay, jetzt hab ich eh kein Kies mehr. Jetzt wird's, glaube ich, eh bald dunkel. Ich weiß, irgendwann... Okay. Ja, doch. Karotten könnten wir ernten, aber ich möchte gerne warten, bis alles fertig ist. Dann könnten wir alles in einem Aufwasch machen. Ja. Ich könnte noch ein bisschen Kies mitnehmen. Also zumindest halt ins Inventar schmeißen. Mal nach dem Sumpf, werde ich dann den Weg fertig bauen. Ja, aber der stört wirklich ein bisschen, der Baum. Der Baum muss weg. Ja. Weg muss er. Deswegen habe ich auch jetzt gefällt. Naja, viel Kies haben wir nicht, oder? Ja, nee, das ist Stein. Ist das alles? Ich glaube, wir müssen bald mal wieder in der Höhle ein Kies holen. Normale Höhle? Ja, okay, wobei, warte. Äh, ja, normale Höhle. Aber jetzt habe ich am vollen Stack Kies und nochmal neun Blöcke. Ich denke mal sogar, dass es reichen könnte. Aber das kommt dabei, da oben rein. Es wird, es wird dunkel. Hast du eigentlich aus der alten, ähm, Höhlenwohnung, äh, alles rausgeholt? Äh, nein. Nicht alles. Dann wird da vielleicht irgendwann mal Zeit dazu machen. Naja, wenn du ne Steinachse und ein Steinschwert brauchst. So, ist da das noch noch da dran? Also das, das, was ich gerade noch weiß. Aber ich kann mal später oder halt in der nächsten Aufnahme mal nochmal hinschauen. Jetzt können wir kurz schauen, dass es hell wird. Und dann können wir ja zum Sumpf gehen. Weil ich weiß nämlich, wo ein Sumpf ist. Hab mir extra die Koordinaten aufgeschrieben. Das ist gut. Vielleicht sollte ich auch vorher mir noch ne neue Axt und ne neues Schwert machen. Hm, kannst du ja machen. Ich habe ja zum Glück noch ne Asats-Spitzhacke und ne Asats-Schwert. Ist vielleicht gut. Ähm, ja, dafür baue ich... Ich brauche mal da Eisen. Da brauche ich einmal einen Stöcker, baue ich. Ein Stöcker habe ich nur zwei. Okay. Ähm, ähm... Ach ja, stimmt, ich weiß schon wieder, wo es lang geht. Okay, da könnte man ja da rumgehen. Äh, nee, eigentlich nicht. Weil sonst hätte ich gesagt, dann könnte man ja den Baum fällen. Aber wir müssen ja beim Dorf vorbei. Einmal... Du glitschst. Ich? Ja, ja. Deine Stiefel glitschen. Oh. Hm, Schwert. Verschnauhr hat ja ne Schaufel am besten noch. Da muss ich immer dabei sein. Da muss ich auch immer um ne Schaufel. Dann müsste ich aber... ...so gut wie alles haben, denke ich mal. Gut, dann wollen wir aufbrechen, oder? Moment mal, ich muss doch alles sortieren. Das ist ganz wichtig. Das ist alles sortiert, da drin liegt. Muss ja alles in Ordnung haben. Ja. Um da nicht die Tür zu machen. Hauptsache da drin ist alles ordentlich. Ja. Tür? Egal. Danke. Ich frage mich mittlerweile gerade, warum ich die Villa gebaut habe. Das frage ich mich, ehrlich gesagt, gerade. Tja. Na, gute Frage. Weil wir wohnen ja eh nicht in der Villa drin. Riesenfette Deku. Ja, sieht so gut aus. Ja, ja. Ja, das schon. Sieht besser aus als dieses Dorf hier. Ja, deswegen Nitro. Ja. Bisschen zerstört. Aber das soll nicht mein Problem sein. So, okay. Irgendwie müssen wir auf jeden Fall hoch. Mal schauen, ob es da hoch geht. Weil ich möchte es da ungern, äh, das hier zerstören. Ja, wobei, warte. Das machen wir jetzt. Ja, zwar nicht schnell, aber einfach. Ich blub mal da hoch. Genau. Dann zerstören wir auch nix. Schade. Ja, nix schade. Doch, schade. Zum Glück. Die Ration der Dorf, Leute, wäre sowieso nervös. Hm. Ja, wahrscheinlich. Das muss ich auf die... keine Sorgen machen. So. Ist auch noch der Dorf hier? Äh, das ist auch noch das Dorf. Hm. Also, das war, glaube ich, in der Richtung. Glaubst du, da bist du sicher. Ich glaube. Warte. Warte. War ein Hecht. Jetzt hat er hinein. Ja, ja, kann schon ruhig. Passiert nix. Passiert nix. Ah, schade. Hm? Ich hab's, glaube ich, nicht ganz gesehen. Ich hab mich nur umgedreht. Da hast du schon Platsch gemacht. Ja. Okay, das wird gut. Sehr gut. Wir sind auf dem richtigen Weg. Können wir ein bisschen sprinten. Ja, da müssen wir sogar recht bald da sein. Und da ist auch in der Nähe, also wenn's auch in der Map hier ist, auch ein anderes Biom. Müssen wir da mal schauen. Muss einfach mal schauen, ja. Mal schauen, ob da was gibt. Schauen wir mal, dann sing mal schon.